Meine liebe Leute, wundert euch nicht über meine Stimme, ich bin etwas krank. Ich nehme dieses Video an einem anderen Tag auf und ich werde diese Folge nicht sprechen, aufgrund dessen, dass man halt sehr am Arsch ist, wie ihr auch hört. Ich habe euch versprochen, die Rücktour zu fahren mit dem Ventours-Bus. Ich meine, der ist jetzt von Preißer, aber er ist weiß und ich habe keine Ahnung, ob es realistisch ist, aber da fahren wir hin zum Hauptbahnhof. Wir müssen aber U-Borg wegschildern, damit es funktioniert. So, und ja, wir fahren einfach mal die Linie ab, nur zurück, wie vom letzten Mal. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüss und viel Spaß bei der Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.